Hey, geht weiter, hier. Race jetzt. Hey, bei Race nehme ich Toad, ey. Nehmen wir uns mal von Toad's Turnpike. So, jetzt rießen wir. Du, wenn ihr Bescheid weißt, ich bin der Toad, ey. Ja. Wie kann man denn random machen? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Mach mal Rainbow Road, ey. Ne, man. Nur was normales. Toad's Turnpike. Oh, na. Ja, genau. Mach Toad's Turnpike, bitte. Echt? Soll ich machen? Oh, Gott. Ey, übel. Aber ist nicht gespiegelt, leider. Egal. Kommen die Autos entgegen, ey. Das ist richtig geil. Oh, ho, ho, ho. Das ist schon eine Bombe gewesen. Ich krieg kein Item. Oh, ich hasse euch. Nein. Viel zu wenig Fahrzeuge hier. Oh, Toad in den Bus. Oh, ho, ho. Bus, ey. Einfach mal voll reingebrettert. In Emerus Bus, ey. In Emerus Caneck Bus, ey. Oh. Ey, diese Strecke ist einfach so unglaublich übel. Oh. Wer ist erst da? Hi, hey. Aber zweispurig. Juhu. Fick dich, Nico. Fickt euch Autos. Mir alles egal. Oh. Geil. Leck, leck, leck. Oh, fuck. Ich bin reingefahren, weil der Skelett hat. Sicher. Ja, nicht. Oh. Alle sind klein. La, la, la. Das ist schon bald. Alle sind klein. Ich bin reingefahren. Ditsi, witsi, Spider. Ditsi. Ist klar. Wer hat das denn wieder? Nico, ey. Ich bin Zeus, der Donnergott, ey. Ja. Ja. Oh Gott. Höchstens nach ein paar Portionen Bone bist du der Donnergott. Blaue Bones von Halleluja. Er aus der Pfanne, Bone. Bone aus der Pfanne, ey, Bud Spencer-Style. Längere Bone, er aus der Pfanne, ey. Ja, jetzt riecht dich Hunger auf Bone. Wieso ist Nico schon, ist Nico auch vor mir? Weil du schlecht bist, Moritz. Weil du keinen Führerschein hast. Und du hab auch nichts vor links, Moritz. Blinker, dich Helfer jetzt zu setzen. Stirb, hey. Da kommen drei Stück, man sieht, ob du die übernimmst. Ey, weißt du, wie kommt der denn auf den zweiten? Auf dem ersten jetzt? Geil, Nico. Ey, der war ganz hinten. Weißt du, unten hab ich ihn gehalten, unten. Der hackt, ey, ich sag's dir. Wenn du mal in den richtigen Fahrrad kam willst, vorhin heute Nacht zu Mario, Junge. Oh fuck. Ey, steht da nicht wieder wohl. Oh fuck, Alter hat mich wieder wohl. Hey. Oh fuck. Oh nein, zwei. Du, der lacht da, ey. Party tot. Oh tot, tot, tot. Oh nein, ey, tot ist erster. Nein. Das war's ey, das war's. Alter, geil. Außer. Nein. Oh, oh, die Trucks sind genau vor mir. Egal, ich werd weiter. Yes. Nein. Gib, guck, 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 guck. Nein. Oh fuck ey, fuck, fuck, fuck. Yes. Der Up hat gewonnen, ey. Ich bin dritter geworden? Nein, das ist nur die ganz normale Reihenfolge. Ach so. Schade eigentlich. Wer will jetzt aussuchen? Ey. Ich. Mario Raceway. Ja, das kann man auch machen. Luigi Raceway. Wer hat jetzt ausgewählt von euch? Ich Nico. Ja, danach ist dann Moritz und Aziz, das bin ich. Geil. Ich hab irgendwas runtergeworfen, das ist scheiße. Oh Gott, ist der Speed ab, das Count? Ja, 150er. Aber auch, dass wir zu viert spielen, das macht das nochmal hier ein bisschen extremer. Oh, oh, wie derbe man hier einfach nur drüber macht. Ich häng in der Wand. Man kann einfach nicht lenken, so, das dreht voll durch. Ich will keine Pilze, das verschlechnerst das alles nur noch. Oh, fuck. Oh, ja doch, mit Pilz ist bestimmt super, da kannst du so richtig ferme abgehen. Uh. Oh, fuck. Oh, das ist echt übel. Oh, mein Gott. Oh, oh, oh. Ich, ich weiß gar nicht. Wenn man im Gras fährt, fährt man genauso schnell wie sonst. Das ist voll krass. Ich hab das Gefühl. Oh. Wie hey der erste ist. Nein, nicht mehr lange, keine Sorge. Aber nur wegen diesem blöden Stachelpanzer. Ja. Deswegen ey. Da kommt noch eine Health. Viel Spaß. Oh, ein Stachelpanzer? Ja. Hey, wieso werde ich gewischt? Weiß ich nicht, aber ist mir egal. Weil du im Weg standest. Achso. Wow. Alter, ich kann so nicht lenken ey. Da musst du ja Reflexe, so richtiger Koreaner musst du da sein. Ja, also ein Nordkoreaner. Ey, ich mein, allein wie willst du sonst diese Kurvenlage perfekt hinkriegen? Ey, ich hab überall, du kriegst einfach die Pilze ab ey. Du kriegst alles einfach nur ab. Alter, wie jetzt vorne ist. Oh fuck. Luigi wins! Ja. Niko, er ist richtig schlecht. Ey, ich hab keine Ahnung was abgeht. Jetzt darfst du wehen hier. Moe? Moe. Ich darf? Okay, ey. Big Moe macht da Plates. Und zwar... Zeig mir mal nochmal alle. Okay, Bowser ist Castle. Oh Gott. Oh Gott. Psssss. Ich liebe die Bowser-Castle-Strechen. Und das ist du letzter ey. Hahaha. Kann natürlich sein, dass ich letzter werde, aber... Vor allen Dingen, weil der Speed einfach so vertrieben war, Alter. Alter! Ich komm hier nicht mehr raus! Was war das denn? Ey. Oh Nico, jetzt behinder mich doch nicht! Ja! Los, Hendrik, lass schnell! Auffahrt! Oh! 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 Ich kann die Dinger gar nicht einschätzen. Ich glaube, ich gäbe ein bisschen vom Gas, ey. Wenn ich fehlerfrei fahre, dürfte ich immer noch... Warum bin ich ausgerutscht? Wo dran denn? Das weiß keiner. Du warst zu schnell. Ja, genau. Voll dumm, ey. Das ist richtig geil so. Ja, das ist voll der Drogen-Modus. Hahaha. Oh! Das ist voll der Abfall-Modus. Hahaha. Oh! 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 Was machst du denn? Genau! Hahaha. Ein Donkey Kong, ey! Oh fuck, ey! Oh! Oh! Ja! Hi, Hendrik! Oh! Oh nein! Ich weiß nicht, welcher jetzt aufgeht und welcher nicht! Ich kann die voll nicht einschätzen vom Timing! Tschüss! Aua! Aua! Oh fuck, ne Bombe! Wo kommt die denn her? Ey, übel! Oh! Ey, ne Panzer! Ich kann einfach alles nicht mehr einschätzen! Das ist egal, Moritz, das ist egal! Hahahaha! Aua! Oh my god! Oh my god! uy, das Spiel ist Shit, Alter! Ne, das Spiel ist Shit, alter! Das Spiel ist der Shit, ey! Das ist richtig geil, so! Oh, ich hab noch einen Panzer! Wow! Wow! Fuck! Oh! Ich komm nicht mehr glücklich! Ey, das ist richtig dumm! Nein! Es ist einfach Extreme Version, ihr müsst mehr Extreme sein! Richtig! Wuh! Guck dir's an, ey! Bam! 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 Ja, ein bisschen flippern. Ich und Hendrik sind halt wieder richtig... Ja, ey. Wir sind richtige Stylers, weißt du? Wir wissen halt, dass wir... Lord Heart und Big Moe, ey. Big Moe, ey, die beiden wissen es einfach. Wieder mal am Pornorösen abgehen. Ey, was soll das denn? Wir sind noch in der zweiten Runde, ey. Ich bin im Final Lab, ey. Nein! Tschüss, ey, Big Moe. Big Moe hat sich ausgemaut. Ja, vorbei mit Big. Ey, es ist mir leider auf... Was ist das? Nein, Lava. Die träumen mich. Ah, mit dem Pilz ist echt keine gute Idee. Ah, right the best! Ey, wie bist du erster, wie kannst du hier überhaupt erster werden? Oh fuck, ich bin kurz vorm Absprung, hat mich immer geblitzt. Aber egal, ich bin kurz geblitzt, Moritz. Ach, jetzt so weit vorne. Oh, wobei, da ist Haze. Oh, tschüss Moritz, ey, letzter. Mein Pilz hat sich minimiert. Ich bin zweiter, ja! Nein, 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 ich bin fast schnell vorbei. Nein, 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 nein. Die Super Mario Predits! Kamma, ich bin dritter geworden! Oh Mann! Oh, hey, Jaze, was war los? Ich hab das mieuxsche있는, jetzt... Puh, ich darf darauf suchen. Ich, ey. Ich nehm'll eine normale Strecke. Ich darf jetzt! Ey, Raypot wrote it. Oder die! So, ey, jetzt, ey, jetzt ist vorbei. Das geht gar nicht. Die geht gar nicht. Die geht überhaupt nicht. Die kann man gar nicht schaffen. Okay, ey, Rainbow Road auf Superspeed. Ey, die ist viel schlimmer. Boah, was ist das denn? Das kennt ihr halt überhaupt nicht. Was geht ab, ey? Ich fahr einfach nur irgendwo lang. Ey, du hast gleich Sachen, da ist kein Sound mehr, Moritz. Oh, fuck, ich seh's. Oh, ich hab auch noch Pilze bekommen. Warum hab ich Pilze bekommen? Die Brille. Hey, wieso hab ich eigentlich keine Platzierung mehr? Weil das, äh, die geheimen Karte ist. Alter. Oh, ich fall noch mal vor, ich glaub's nicht. Oh. Ich wurde eingequetscht von Yoshi. Ey, der wurde so... Nee, der hat hier Uhrensohn halt auf dem Brücke im Scheiß gediecht, ey. Ich werd's meiner Mutter ausdrücken. Nein, bitte nicht. Ja, genau, ich krieg hier einen Pilz, ey. Das brauch ich jetzt. Puh. Der Pilz ist jetzt auch gerade... Oh, ich bin vorletzter, oh fuck. Ey, diese, diese Strecke hier ist echt hart. Der letzte Part. Vor allen Dingen im Super-Hero-Modus. Oh, ich fall immer runter. Oh, ich auch, ey. Ich hasse Ecstasy-Modus, das Grauen. Ey, da bist du... Ey, ich hab den Falschruf abgesetzt, der Bastard. Lakito, fick dich. Ich hab mich schon gefragt, warum du in die falsche Richtung fährst. Ey, ich bin doch erster. Du bist nicht erster. Du bist dritte, eigentlich vierter. Ah, ich wollte es nicht sagen. Ey, ich krieg immer nur Pilze, warum die... ...wenn zwischen zwei Leuten inzwischen Mario und Donkey Kong. Aber wird es Donkey Kong auch schaffen? Oh, Donkey Kong hat, ey, es geschafft. Oh, fuck, ey. Ich kenne auch die kürzeste Strecke hier, also. Ja, ja. Oh mein Gott, ich hab jetzt einfach mal einen Stern gezündet, das kann keine gute Idee sein. Oh, tschüss ihr, Noobs. Oh, fuck. Die Weiden, ey. Die Weiden! Oh, ich hab mich schon überrundet. Ja, ich bin, äh, letzter. Jaaa! Mama, ich mach' immer einen Schnitt und dann nehmen wir nochmal einen auf. Okay.